In der sechsten Staffel von Bauer sucht Frau International sind wieder neue Landwirte auf der Suche nach ihren Traumpartnern. Moderatorin Inka Bause will neun Kandidaten verkuppeln. 2024 wird bei RTL und RTL Plus wieder weltweit geflirtet und geliebt. Fans der Sendung Bauer sucht Frau International können dann mit insgesamt neun neuen Kandidaten mitfiebern und den Hofherren und Hofdamen die Daumen drücken. Bereits seit dem 3. Oktober 2023 stehen die neuen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Koppelsche fest. Moderatorin Inka Bause stellte die Kandidaten in einem Bauer sucht Frau International Spezial vor, wie ECO24. Der bereits berichtete, ursprünglich sollten zehn Bäuerinnen und Bauern aus aller Welt auf die Suche nach der großen Liebe gehen. Allerdings ist es jetzt schon einer weniger. Der Kölner Sender stricht bereits einen Kandidaten aus der Teilnehmerliste. Das sind die neun Bauer sucht Frau International Kandidaten, zwei Frauen von der Partie. Neun Teilnehmer suchen bei Bauer sucht Frau International 2024 nach der großen Liebe. Zwei der neuen Kandidaten sind weiblich. Damit steht der internationale Ableger nicht wie die 19. Staffel von Bauer sucht Frau ganz im Zeichen der Frauenpower. Denn, 2023 sind dort erstmals drei Frauen als Kandidatinnen dabei. Das gab es noch nie in der Koppelshow. Die erste Bäuerin in der sechsten Staffel ist Marisol aus Kolumbien. Die 65-Jährige baut in Kolumbien Kaffee an. Daneben ist die Tochter einer Chilin und eines Deutschen auch künstlerisch tätig. Sie schreibt, malt und bastelt. Erst vor wenigen Jahren hat sie sich entschieden, nach Kolumbien auszuwandeln und es nie bereut. Punkt als zweite Frau, die Beibauer sucht Frau International nach Liebe sucht, nimmt die 57-jährige Obstbäuerin Ulrike aus Sao Paulo in Brasilien teil. Ulrike war 36 Jahre verheiratet, hatte aber seit dem Tod ihres geliebten Mannes keinen festen Partner mehr. Jetzt fühlt sie sich bereit, ihr Herz wieder zu öffnen. Bodenständig, anständig und vernünftig sollte der Mann an ihrer Seite sein. Und er sollte Lust auf Brasilien haben. Punkt keine weite Anreise für drei Kandidaten von Bauer sucht Frau International. Für drei weitere Bauer sucht Frau International Kandidaten müssen interessierte Bewerber gar nicht zu weit reisen. Denn drei Teilnehmer kommen aus dem europäischen Ausland. Und zwar aus Frankreich, Portugal und Griechenland. Kandidat Fritz war schon immer ein Frankreich-Fanpunkt. Seit mehr als 20 Jahren lebt er dort seinen Traum. Der 45-Jährige ist Ackerbauer und Milchviehhalter im Südosten Frankreichs. Obwohl der 45-Jährige seinen Beruf sehr liebt, ist in seinem Herzen noch viel Platz für die Richtige. Mir fehlt die Zweisamkeit. Miteinander reden, kuscheln, küssen, erklärt Fritz gegenüber RTL. Neue Staffel Bauer sucht Frau International. Markus lebt seit sechs Jahren auf Madeira. Aus den Bergen auf die Insel, der Südtiroler Markus hat seine Heimat verlassen und lebt und arbeitet seit sechs Jahren auf der protugiesischen Trauminsel Madeira. Nach einem gesundheitlichen Tiefschlag beschloss er, sein Leben komplett auf den Kopf zu stellen und auszuwandern, und hat diesen Schritt laut RTL nie bereut. Mir ist es wichtig zu wissen, wo das Essen herkommt und wie es angebaut wird, sagt, Bauer sucht Frau International-Kandidat Markus. Deshalb hatte sich kurzerhand einen eigenen Permakulturbetrieb auf Madeira aufgebaut. Er liebt, was er tut und ist sich sicher, dass Bauer sucht Frau International der richtige Weg ist, um seine Traumfrau kennenzulernen. Bauer sucht Frau International-Kandidat Frank aus Griechenland sucht die große Liebe. Bei Kandidat Frank heißt es Bauer sucht man. Der 58-Jährige ist seit mehr als zehn Jahren Olivenbauer auf der griechischen Insel Corfu. Eigentlich wollte er sich mit seinem damaligen Partner einen Traum erfüllen, doch die Beziehung ging in die Brüche, wie der Kölner Sender RTL berichtet. Seitdem ist Frank Single und lebt allein auf seinem idyllischen Hof. Das soll sich nun ändern, Frank ist bereit für eine neue, große Liebe und hofft, bei Bauer sucht Frau International seinen Traummann zu finden. Diese beiden Kandidaten von Bauer sucht Frau International kommen aus Österreich. Ein weiterer Kandidat von Bauer sucht Frau International ist sogar mit dem Auto innerhalb eines Tages zu erreichen. Für Gerfried würde die Reise nach Österreich gehen. Der 50-Jährige führt sein Leben und seinen Betrieb nach dem Motto, man hat nur ein Leben, und das will man genießen. In der schönen Steiermark betreibt er einen Reiterhof und arbeitet als Forstwirt. Was Gerfried zum perfekten Glück noch fehlt, ist eine Frau. Seit zwei Jahren ist Bauer sucht Frau International-Kandidat Gerfried nun schon Single. Der Österreicher ist zwar ein geselliger Typ und hat viele Freunde, doch jetzt sei es an der Zeit, sein Herz an die Richtige zu verschenken. Langweilig werde es mit ihm selten, verspricht der 50-Jährige. In seiner Freizeit gönnt er sich immer wieder einen Wellnessbesuch. Außerdem erkundet Gerfried gerne mit seiner Vespa die versteckten Winkel seiner schönen Heimat. Mit Hilfe von Moderatorin Inka Bausee möchte der 50-Jährige eine vitale und naturverbundene Partnerin finden. Peter ist Bauer aus Leidenschaft, Bauer sucht Frau International-Kandidat lebt in Tirol. Der letzte Bauer sucht Frau International-Kandidat aus dem europäischen Ausland ist Peter. Der 33-Jährige ist Tiroler durch und durch. Er ist Bauer aus Leidenschaft und fühlt sich auf dem Familienbetrieb am Wilden Kaiser in Österreich pudelwohl. Mit seiner Auserwählten möchte er aber auch den Rest der Welt erkunden. Bei Bauer sucht Frau International will Milchbauer Peter die Frau finden, mit der er sich seine Zukunftsträume erfüllen kann. Es ist bereits der zweite Versuch von Peter, seine Traumfrau im Fernsehen zu finden, wie Echo 24. Der bereits berichtete. Bauer sucht Frau International-Kandidat Andreas sucht eine Traumfrau für sein Paradies. Für den sympathischen Bauer sucht Frau International-Kandidaten Andreas müssen die Hofdamen wohl in den Flieger steigen. Denn der 63-Jährige lebt in Guatemala. Dort hat er sich seinen Traum von einer Form erfüllt. Auf dieser baut der 63-Jährigen nicht nur Kakao an, sondern hat auch eine Schule gegründet. Dort lernen die Kinder aus der Nachbarschaft alltägliche Dinge wie Hygiene und Ernährung. Doch Andreas will nicht länger allein in seinem Urwaldparadies leben. Mit Hilfe von Bauer sucht Frau International will er das ändern. In Inka Bauses Dating Show will er endlich seine Traumfrau finden. Bauer sucht Frau International-Kandidat und Weltenbummler Philipp sucht Frau mit Improvisationstalent. Dieser Bauer sucht Frau International-Kandidat fällt durch sein Aussehen auf und wird schon jetzt als Hottie der 6. Staffel von Bauer sucht Frau International gehandelt. Kandidat Philipp ist ein echter Tausendsasser, ich bin Landwirt, weil ich alles andere schon ausprobiert habe. Auf seinem Hof mitten im Nirgendwo von Palime in Togo züchtet er Schweine und baut Gemüse an. Philipp führt ein autarkes Leben und möchte sein Glück mit seiner großen Liebe teilen. Noch lebt er in den Tropen Togos in seinem Wohnmobil, doch bald soll sein Lehmhaus bezugsfertig sein. Dort möchte er mit seiner Traumfrau leben. Und die sollte keine Angst vor der Natur haben. Handwerkliches Geschick wäre auch nicht schlecht. Denn das Leben in den Bergen Togos erfordert Improvisationstalent und Flexibilität. Und das Leben in den Bergen Togos in seinem Wohnmobil. Und das Leben in den Bergen Togos in seinem Wohnmobil.